Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft Video. Dieses Mal kein Let's Play, kein Together, sondern ein Gewinnspiel. Und zwar haben wir ein Minecraft Key von gameladen.com zur Verfügung gestellt bekommen. Und da wir so viele treue Fans da draußen haben, mindestens zwei, dachten wir, wir verlosen einfach mal diesen Minecraft Key für einen von euch, der vielleicht noch nicht Minecraft spielt, aber Lust hätte, aber irgendwie keine 20 Euro zur Verfügung hat oder keine Lust hat, sich ein Paypal-Konto zu erstellen. Oder jemand, der ein 23. Account haben will. Oder so. Verlosen wir jetzt diesen Minecraft Key. Ähm, genaueres dazu weiß ich selbst noch nicht. Ja, ähm, der, ja, ähm, also es können die Leute gewinnen, die den einfallsreichsten Kommentar hier drunter schreiben. Ja, genau. Das mehr, das ist eigentlich die einzige Anforderung und das ganz übliche Gedönster, ihr müsst Abonnent sein, ihr müsst das Video nicht favorisieren, das sind nicht nämlich albern. Ähm, doch, natürlich müsst ihr es favorisieren und unter euren ganzen Freunden verbreiten. Aber, 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 das wär nett. Gamer haben ja keine Freunde, deswegen... Ja, deswegen sag ich das erst gar nicht, weil es ja eh keinen Sinn ergibt. Achso, stimmt, okay. Du spackst ja gerade irgendwie in den Schwulraum. Und wenn ihr euch mal hier ein bisschen umguckt, wenn René sich mal ein bisschen umdreht, Ja, ich drehe mich schon. Seid ihr vielleicht schon einen kleinen Spoiler auf das, was jetzt noch kommt von uns. Ja, ich deute schon mal an, das wird jetzt hier, das sind, das ist der Anfang, da wird noch einiges kommen. Oh Gott, rückwärtslaufen ist scheiße. Äh, wie guckst du denn? Guckst du dich gerade selber an? Ja, ich guck von vorn. Oh Gott. Oh Gott, ich seh nichts, ich seh nichts. Ich guck mir gerade selber in die Eier. Okay, das wollten wir euch nur gesagt haben. Und wir hoffen auf einfallsreiche Kommentare einfach unter das Video posten. Ja. Ja, das wär toll. Ähm, jeder darf genau einen Kommentar posten. Wer mehr postet, da wird dann der schlechteste Kommentar von dem gewertet. Ja, ganz genau. Ja. Das heißt, wer mehr als einen postet, der hat dann eigentlich schon fast verloren. Es sei denn, wir haben nur einen Teilnehmer. Das wär ziemlich peinlich. Ich glaub, also, sollte das der Fall sein, dann erstell ich mir selber ein paar Accounts und lass mich dann gewinnen. Ich hab hier ein bisschen, äh, ja, okay, gut, ähm, ja, macht einfach mit, weil ihr, wenn ihr das Spiel haben wollt, und dann sehen wir uns dann vielleicht wieder auf dem Server, wenn das Server wieder online ist. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Ja. Ja.